So, Leute, weiter geht's. Reaction auf Papa Platte. 90% der deutschen Influencer sind linksgrüne Lappen. Schön wär's, würde ich mal sagen. Schön wär's. Über 90% der deutschen Influencer, Instagramer, Streamer und was es alles sind, sind linksgrüne Lappen. Das ist eigentlich auch ein schöner Follow-Sound oder sowas, ne? Linksgrüne Lappen. Parasiten. Parasiten. Okay, Parasiten jetzt auch noch. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ich arbeite für mein Geld. Nix nutze und tue nicht Gute. Wow. Das könnt ihr jetzt alle euch irgendwo rausspeichern, auf Instagram, auf TikTok und überall posten. Machen wir. Versprochen. Ja. Sehr gerne sogar. Stefan, do your magic. Genauso wie dieses lustige Video von vor ungefähr fünf Jahren von mir viral ging. Aber Leute, ich hab's einfach nochmal wirklich ganz klar an einem Video gesehen und zwar hier von Papa Platte. Weißt du, der Typ tut so, als wäre ein Millionär und rafft es nicht, wie man OBS benutzt. Das ist der, das, also, dass der jedes Mal da sitzt und irgendwie mit seinem Laptop YouTube-Videos zeigt. Das ist so ein fucking Witz. Sein Ton ist auch gigantisch, ne? Da wird auch komplett gar nicht investiert. Ich würde sogar schon sagen, Papa Lappen. Ui. Boah, von diesem harten Diss wird sich Papa Platte nie erholen. Okay, der ist so persönlich angegriffen, als ob ich gerade sein Lieblings-Metal-Festival schlecht reden würde. Jetzt schauen wir mal ganz kurz das Video hier an. Da wird er dann direkt hinterher von seinen eigenen Fans komplett zerlegt. Ja, in Stücke gerissen. Wir schauen uns jetzt mal das Video an und dann müssen wir mal wirklich über die deutsche Influencer-Szene sprechen, die komplett in die falsche Richtung abdriftet. Okay, also linksgrün ist die falsche Richtung. Das heißt, die richtige Richtung wäre dann rechtsbraun oder was? Oder rechtsschwarz? Rechtsblau? Natürlich viel erschrebenswerter, ne? Stimmt, hat er ja recht. Und zwar... Ja, was denn hier mit zwei Euro? Komm. Zwei köstliche Kohle von Harkon. Ja, ja, ja. Parasit, eine Frechheit. Meine Zuschauer arbeiten hart für mein Geld. Das stimmt. Dankeschön, Harkon. Wie schon gesagt, über 90% von den Leuten, die tragen bei zur kompletten Verblödung der deutschen Jugend. Aber jetzt schauen wir erstmal hier. Oh mein Gott, Bro. Mach erstmal die Basics. Das ist ja geil. Der drückt in dem Reel auf den Play-Button. Also abgesehen... Diese ganze Präsentation ist ja so lustig, dass der so traurig von der Seite auf sein Handy guckt und dann drückt der hier immer auf Play. Das ist ja Peak-Comedy. Das ist ja... Das kannst du mir nicht erzählen, dass dieser Mann wirklich reich sein soll. Oh mein Gott, Bro. Mach erstmal die Basics. Ja, Bruder. What the fuck, Alter? Ich muss mir hier im Schnee wettern. Guck mal, wie traurig er ist. Der ist ja... Guck dir, guck dir, das ist ja komplette... Komplette... Im Schnuffelchen-Modus. Papa Platte. More like... Papa... Papa Lappen. Der hat gar kein... Der Papa Lappen, der war gemeint. Böser Papa Lappen. Den armen KLS anzugreifen. Muss ich hier in Deutschland selber aus dem Auto aussteigen und tanken, während die Arbeitslosen daheim sitzen? Oh, was? Was? Guck mal, der drückt wieder auf den Play-Button. Das ist ja... Das ist ja Comedy-Gold. Was? Oh, KLS als Reaction-Streamer, das würde ich mir aber auch angucken, sage ich, wie es ist. Gut, der ist komplett angegriffen. Ich meine, KLS hat gerade gesagt, dass Arbeitslose ihm sein Auto tanken sollen. Er hat gerade gesagt, er findet es unfair, dass er als reicher Mensch quasi selber tanken muss und das können doch irgendwelche Arbeitslosen machen. Und er... Was? Was geht denn jetzt ab? Von meiner Kroh... Was geht denn jetzt ab? Ich check ja gar nichts. PlayStation-Spielen... Das sind ja nur Alerts. Das ist ja... Das ist ja... Das ist so lustig. Ich muss mich wiederholen, aber das ist so lustig, dieses Video. Oh, das ist... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja ein Adventsgeschenk an die Menschheit. ...und wir haben... Und wisst ihr was? In keinem anderen Land ist das so. Egal, wo ich bin. Egal... Oh, mein Gott, Bro. Nach erst mal die Basics. Ja, Bruder, what the fuck. Oh, Bro, Bruder, what the fuck. Oh, Digga. Äh, äh, äh. Also, sorry, aber... Das war jetzt auch kein... Angriff von Papa Platte. Das war ja einfach nur... Yo, Bro. Bro, was geht, Bro? Bodenlos, Bro. Das ist ja kein Angriff. Hätte er jetzt irgendwie... Karl S. irgendwie als... Als stinkenden... Stinkenden, triefigen... Sacklosen... Äh, äh... Möchtegern-Schleimbolzen bezeichnet. Also, das wäre eine Beleidigung. Okay. Aber... Deswegen ist er so pikiert. Also, dafür, dass er angeblich so ein stronger Businessman ist, der nicht mehr Veganer ist, weil er jetzt wieder besser ficken und verhandeln kann, ist er angepisst wie ein kleines Mädchen. Also, erst mal frage ich mich wirklich, kifft der Typ die ganze Zeit? Boah. Ja, gut. Mal Frage Nummer eins. Frage Nummer eins. Und bevor ich jetzt auf das Video eingehe, will ich erst mal die Kommentare seiner eigenen Zuschauer... Ich verlinke das Video hier unten. Jetzt tun wir uns erst mal die Kommentare, die tausende von Likes haben... Ja, Milliarden. ...seiner eigenen Zuschauer durchlesen. Und dann erkläre ich das Video... Woher weiß er, dass das die Zuschauer sind von Papa Platte? Woher weiß er das? Oder dass es einfach nicht irgendwelche Hater sind oder sogar Karl-S-Fanboys? Und dann gehe ich weiter auf das Influencer-Problem ein und dann gehe ich auch auf ein paar Lösungsansätze ein, okay? Und Leute, ganz wichtig, ich habe vorhin schon wieder eine Nachricht bekommen von Telegram, dass ich sowas, was ich gepostet habe, nicht posten soll. Deswegen folgt mir alle auf Telegram, weil Instagram und Facebook sind beides Zensurplattformen. YouTube geht noch relativ gut. TikTok ist auch schon richtig schwierig, aber Telegram ist die beste Plattform, da wird nicht zensiert. Hat er nicht gerade gesagt, dass er bei Telegram eine Nachricht bekommen hat, dass er das nicht posten soll? Also das ist... Ich bin ja immer noch in der Telegram-Gruppe von ApoRed, weil ich den Hebel 500 immer noch betätige. Ich habe jetzt viel Geld verloren, so circa 3,6 Millionen Euro, aber ich glaube, wenn der Hebel wieder gönnt, wenn der Hebel richtig umgelegt wird, dann gönnt er auch wieder, dann hole ich mir alles zurück. Auf Telegram für alle Business-Tipps und für über 10.000 Euro an Gratis-Business-Kursen, Investment-Kursen und vieles mehr. Wahnsinn. So, jetzt schauen wir uns mal die Top-Kommentare an. Ich mag Carl S. eigentlich nicht. Meistens mögen sie mich nicht, weil sie sich noch nie Gedanken über mich gemacht haben. Ja, ich mag Carl S. auch nicht, weil ich den überhaupt nicht kenne. Das ist meistens so. Wenn Menschen jemanden gar nicht kennen, dann sagen jemanden, den kann ich gar nicht leiden. Einfach nur irgendwas nachplappern. Denn man muss ja sagen, Leute, es war eine sehr lange Zeit lang, war ich ja gehypt. Carl ist der geilste. Die ersten drei, vier, fünf Jahre meiner Karriere. Der Hype ist bei mir nicht angekommen. Aber vielleicht andere Bubble. Bin ja linksgrün, taugenichtsparasit. Und dann war es so. Hey, Carl ist voll der Assi. Warum war das eigentlich so? Und warum war es eine Zeit lang cool? Das legt sich jetzt gerade wieder wach. Die Kommentare sind nicht auf dem Kanal von Papa Platte. Mhm, das ist schon interessanter. Ich sehe den Dude gerade zum ersten Mal. Ich glaube, du hast ja schon öfter auf diesen Kanal geguckt. Warum war es eine Zeit lang cool, Carl S. zu haten? Und viel spannender. Was ist denn auch mit den ganzen Carl S. Hatern passiert? Spoiler. Oh, jetzt geht er wieder in Scope. In Scope und Tim Gabel. Die haben nicht mal die Basics gemacht. Die wollen auf den Mount Everest, aber waren nicht mal auf der Zugspitze. Die muss hascheln. Gurke oder Geld? Mhm, Geld. Danke. Die meisten gehen insolvent. Kriegen selber einen Shitstorm. Ich bin Multimillionär. Verlieren ihre eigene Community ein paar Jahre später und sind im Regelfall wirklich geistige Tiefflieger, okay? Leute, wenn ihr mit meinem gratis online Business Coaching für eine Stunde, zwei Stunden in der Woche 20, 30, 40, 50.000 Euro Umsatz generieren wollt, okay? Durch Digital Scaling Agency, okay? Durch ein Multimarketing, Blockchain in drei Jahren seid ihr Privatier, okay? Aber was war denn das große Problem? Ich hatte damals primär mit dem Tim und dem Inscope ein Problem. Und die waren natürlich befreundet mit diesen ganzen Ungern und diesen ganzen, ich weiß ja gar nicht, wie die alle heißen. Mit so 10, 20 Influencer mit so 1, 2, 3 Millionen Followern. War alles im Endeffekt so eine Clique. Und da haben natürlich die alle schlecht über Karl S. geredet. Ja, da hast du natürlich die Arschkarte gezogen. Und insgesamt 10 Millionen Influencer, Follower, 13-jährige, 14, 15-jährige Kinder. Richtig, das sind ja auch alles Individuen. Da gibt es überhaupt gar keine Überschneidung. Es kommt alles in den Kalender. Es kommt alles in den Kalender für nächstes Jahr. Business? Any Business Opportunity? X Einsatz, Y Gewinne? Okay. Auf einmal über dich her haten, dann hast du natürlich schlechte Karten. So, und deswegen die meisten Leute, die Karl S. nicht mögen. Leute. Leute, die klappen im Endeffekt irgendeinen jahrealten Schrott nach. Nee, ich beziehe mich jetzt gerade auf das aktuelle Video und das ist auch schon ziemlich scheiße. Check mal es ab. Ich mag Karl S. eigentlich nicht, aber hier hat er vollkommen recht. Ach, das kann man jetzt einblenden, oder was? Das geht jetzt. Das nächste, das erste Mal, dass Karl S. Fakten spricht. Hier, Karl S. spricht Fakten. Richtig. Digga, Papa Platte lebt in einer anderen Welt. Wahre Worte. Die ist extrem verstrahlt. Und hierzu ganz kurz was. Und zwar, was sind eigentlich die Inhalte von Papa Platte? Was kann der? Was ist denn sein Beitrag? Nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der ja wirklich ein krasses Produkt entwickelt. Nee, der kann gar nichts. Das ist ein kompletter Loser. Der hat auch einfach nur, weiß ich nicht, durchschnittlich 80 Millionen Zuschauer oder so was auf Twitch. Bei dem läuft gar nicht. Mit so 50.000 Zubs. Und ich glaube, was hatte der Peak gehabt? So 100k? 100k bei A-Plays? Das war schon saftig gewesen. Vielleicht hat der ja wirklich mal krasse Dienfelsungen auf den Markt gebracht. Vielleicht hat der Typ wirklich was geleistet. Ich weiß nicht. Junge, das ist ein Unterhalter. Aber davon hast du keine Ahnung. Weil du guckst in seine Augen. Da ist keine Seele drin. Papa Platte ist einfach ein super guter Entertainer. Das ist ein geiler Streamer mit stabilen Werten. Aber das checkt der nicht. Weil Karl S., wahrscheinlich ist Papa Platte einfach zu schlau und würde niemals so ein gratis 2.000 Euro Karl S. Online-Bizzenitz-Coaching annehmen. Also guck in diese Augen, da ist nichts. Das ist komplett seelenlos. Ich weiß es nicht. Aber zu 90 Prozent sind per Glück oder per Zufall. Der Changeman. Lass dich nicht ärgern. Montag 15.05. ein neues Video. Hoffe, dein Körper ist bereit. Guck mal, Chat, der ist der allerechte Veränderungsmann. Dann grüße dich, mein Lieber. Wir haben auch schon auf das Letzte reagiert. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht hochgeladen. Kriegen wir einen Shoutout für den Changeman hin? Bestimmt. Da ist mein Körper aber ganz bereit für. Funky, danke schön. Der echte Veränderungsmann hat sich zu uns verirrt. Wir mögen deine Videos schon sehr, Joseph. Aber ich glaube, das hast du schon durch die eine oder andere Reaction mitbekommen. Das sind ganz, ganz tolle Videos jedes Mal. Sehr hochwertig. Und dann darf ich sie, Gott sei Dank, hier wie so ein Dreijähriger in der Zweitauswertung mit angucken. Die Leute durch Reactions, durch Streaming, durch Gaming, durch irgendeinen nutzlosen Schrott, der unsere Jugend nur verdummt, bekannt geworden. Und die haben selber gar keine Inhalte. Die hocken ein paar Stunden am Tag im Zimmer drin, streamen und geben gehirnlose Kommentare ab. Und dafür verdienen die Geld. Unglaublich. Karl S. sitzt übrigens auch gerade in dem Raum und gibt gehirnlose Kommentare ab. Äh, warte, wir sind jetzt gerade bei 5 Minuten 41. Wenn ich es so überlege. Oh mein Gott, Bro. Mach erst mal die B6. Ja, Bruder, what the fuck, Alter. Ich muss mal hier im Schneewetter. Warte. Aktuell passiert gar nichts. Muss ich hier in Deutschland selber aus dem Auto aussteigen und tanken, während die Arbeitslosen daheim sitzen. Jetzt kommt gleich auch saftiger Inhalt von Karl S. Das ist kein gehirnloser Kommentar. Was? Ja, dankeschön. Finde ich witzig, dass jemand, der das macht, an Papa Platte kritisiert. Naja, gut. Und die sind natürlich komplett weltfremd. Weil die haben keine Ahnung von Politik. Die haben keine Ahnung von Wirtschaft. Die haben keine Ahnung von echter Arbeit. Bei denen, da kommt das Geld irgendwie aus dem Streaming. Oder von irgendwelchen komischen Sponsoren. Da kommt das Geld her. Ja, Sponsoren, komplett unüblich, dass man mit sowas arbeitet. Das kennt man auch nur beim Streaming so. In jeder anderen Branche gibt es gar keine Sponsoren. Ein richtiges Arbeiten. Also, wenn ich abends hier den Stream ausmache, dann wasche ich mir auch immer erst nochmal richtig schön die Hände in so einer alten E-Mail-Schüssel. So, und wasche mir so den Dreck vom vielen Leertastedrücken, wasche ich mir so runter. Und im Hintergrund da so, schuuuut, hörst du so die Werksirene, die sagt, dass ich jetzt endlich Feierabend habe. Das Geld, das geben sie dann aus und dann kommt es am nächsten Monat, kommt es dann wieder das neue Geld rein. Das ist auch ein Konzept, das ist komplett wild. Monatlich kommt Geld rein und im neuen Monat kommt neue, das ist ja verrückt. Diese verdammten linksgrünen Influencer. Da kommt neues Geld rein. Kleriker, dankeschön, für elf Monate. Aber vom echten Leben haben die überhaupt keinen Plan. Keine. Dann sagt der Nächste, stimme mir auch zu, im Kern hat er recht, Fachkräftemangel trotz Zuzug von Millionen von Menschen sagt alles. Ui. Nicht schlecht. Auch noch Rassismus. Als ob das ein Papa-Platte-Zuschauer wäre. Also hier wird sich ja ganz offensichtlich über das Wort Fachkräfte lustig gemacht, ne. Von wegen, ja, die ganzen Migranten, die können ja gar nicht arbeiten, die haben gar nicht mehr. Ja, bei uns, da will ja keiner mehr eine Ausbildung machen, Fachkraft werden. Jeder will nur noch zum Studieren rennen oder Influencer werden oder Streamer werden. Ja, oder alternativ kann man auch in dein dämliches Online-Marketing-Seminar eintreten. Das ist natürlich viel besser. Und so weiter und so fort. Nächste. In vielen Ländern ist es Standard, dass Tankstellenmitarbeiter ein Auto tanken oder im Einzelhandel den Einkauf einpacken. Schau her, Leute. Ich habe hier einen Kommentar, der ist super. Aber das sind doch dann auch keine Arbeitslosen, die das machen. So ein Tankwart oder sowas. Er hat ja gerade gesagt, es sind so viele Arbeitslose in Deutschland und er versteht nicht, warum er beim Tanken aussteigen muss. Das ist halt ein Job, den wahrscheinlich, da kriegst du, wenn du Glück hast, kriegst du da irgendwie Mindestlohn oder sowas für. Ist ja logisch, dass die Leute sich nicht für Mindestlohn zum Affen machen wollen. Wenn ihm das so sehr fehlt, kann er das ja machen, würde er auch nicht tun. Über 1000 Likes und zwar. Naja, im Kern hat Karl S. recht. Ich finde, wer Arbeitslosengeld bezieht, sollte zumindest dafür 20 Stunden die Woche gemeinnützig arbeiten gehen. Was? Bruder, das ist so weit weg von der Realität. 20 Stunden. Das ignoriert halt vollkommen die Tatsache, dass nicht jeder, der ALG bekommt, dass der auch arbeiten kann. Das ist ja, das ist Zwangsarbeit, was hier gerade gesagt wird. Also was macht denn das mit dem Arbeitsmarkt? Wenn Arbeitgeber wissen, okay, die Leute werden vom Staat bezahlt, dann kommen 20 Stunden in der Woche gemeinnützig auch an Tankstellen. Ja, stimmt, er hat ja von gemeinnütziger Arbeit gesprochen. Also ich finde es per se gut, wenn Menschen gemeinnützige Arbeit machen. Und viele Menschen machen das ja auch von sich aus schon freiwillig. Aber Menschen dazu zu zwingen, ist halt echt das unterste Schublade, komplett. Und da kommen wir zum Punkt, Leute. Das, was ich in dem Video gesagt habe, das war folgendes. Und zwar, wenn du arbeitslos wirst und innerhalb von einer gewissen Zeit dich nicht umschulen lässt und wieder arbeiten gehst, okay, dann solltest du anstatt Arbeitslosengeld primär Sachleistungen bekommen. Und wenn du weiteres Geld willst, ja, dann sollst du halt diese Jobs machen, wie tanken, Felgen putzen, Müll wegräumen. Überhaupt nicht. Aber Felgen putzen und tanken ist auch keine allgemeinnützige Arbeit. Also Karl S. will eigentlich bloß, dass er beim Tanken nicht aussteigen muss. Und dann findet er, dass die Arbeitslosen, die könnten das ja auch für ihn machen. Dein Cutter arbeitet auch gemeinnützig. Du hast dein Profit selbst in der Hand, mein Junge. Je mehr Videos du hochlädst, umso mehr Geld kannst du verdienen. Es ist deine Schuld, dass du nicht jetzt schon 10, 20, 30, 40, 100.000 Euro verdient hast. Geh wieder Felgen putzen. Alten Damen, die Einkäufe einpacken, mit zum Auto tragen. Na klar, dann stell dir mal vor, jemand, der arbeitslos ist, müsste nach einer gewissen Zeit, wenn er gewisse Kriterien nicht einhält. Du hast, aber er erkennt auch das Prinzip der Arbeitslosenversicherung nicht. Die Menschen zahlen ja, wenn sie arbeiten gehen, zahlen die ja ein in die Arbeitslosenversicherung, damit sie, wenn sie keine Arbeit haben, auf diese Versicherung zurückgreifen. Man bezahlt ja von seinem Gehalt monatlich einen gewissen Anteil als Arbeitnehmer, damit man für den Fall, dass die Arbeit nicht da ist, abgesichert ist. Ist ja nicht so, als ob die Leute sich das einfach schon mal rotzen. Die haben da ja in die Kassen jahrelang eingezahlt. Jede Woche, 10, 20, 30. Ich bin gleich raus, wenn ihr nur mit Fakten argumentiert würdet. Geil. 30, 40 Stunden, Euro, extra zum Arbeiten gehen. Haben wir das neue Political Beauty Video schon geschaut? Ja, tatsächlich. Kommt aber auch auf YouTube, na? Du wirst nichts verpassen. Bleib aber gerne hier. Was würde dann passieren? Es reicht. Ich bin auch für Sachleistungen, wenn alle Arbeitslosen alles bekommen, was diese brauchen. Zum Beispiel alle Zutaten für eine ausgewogene Ernährung und eine entsprechende Wohnung. Regelmäßig anziehsachen, die nicht von armen Kindern genäht werden. Ja, du bist ein Utopist, Natty. Als nächstes erzählst du mir auch noch hier, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben sollten. Es reicht. Die Leute würden auf einmal sich sehr schnell fortbilden, wieder arbeiten, sich wieder in den Markt wieder integrieren. Und das würde nie... Also bei Karl S. bist du einfach auch nur als menschlich jemand, wenn du Geld verdienst. Also wenn du es erarbeitest. Im Zweifelsfall für ihn. Ja, es kann halt nicht jeder jeden Job machen. Nicht jeder möchte jeden Job machen. Und Arbeitslossein ist halt auch einfach keine Schande, ne? Ja, eigentlich ist Arbeitslossein für einen gewissen Zeitraum ist sogar manchmal ganz schmackhaft. Einfach mal wieder ein bisschen zu sich kommen, Zeit mit sich verbringen, sich mal ein bisschen neu orientieren. Das kann auch geil sein. Aber er will ja ein System schaffen, wo die Menschen Angst haben müssen, auf der Straße zu leben. Nicht nur allen anderen Leuten helfen, sondern es würde auch den Leuten selber helfen. Denn wenn du nicht zum Arbeiten gehst, dann ist nicht nur das Problem, dass dir dein Gehalt fehlt, sondern auch die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl, die sozialen Kontakte, die Kommunikation, die Weiterentwicklung, die Verantwortung. Sehr viele Sachen fehlen da und es gibt da sehr viele Probleme. Ja, eventuell fehlt wegen Leuten wie dir den Menschen dann die Selbstachtung, weil sie eingeredet bekommen, dass wenn sie die Versicherungen, die sie einbezahlen, sich auszahlen lassen, dass sie dann irgendwie minderwertig sind und der Gesellschaft ein Klotze am Bein. Vielleicht hängt das ja mit einer... Ich meine so Hartz-IV-Bezieher-Bashing, das gab es ja jahrelang. Das ist ja das schlechteste Attribut, was du als Mensch haben konntest, war Sozialleistungen zu empfangen. Und eventuell macht das auch ein KLS auch nicht besser. Ich lese es hier nochmal. Ja, Karl hat so recht. Karl ist bester Mann. Bester Mann. Karl ist vor Präsident. Ihr könnt selber alles lesen, Leute. Wir verlinken das Ganze unten. Und das war jetzt Teil 1 von einer Videoserie, wo ich jetzt hier mal endlich anfange. Was? Also erstens, es ging in dem Video, sollte es in dem Video nicht darum gehen, dass 90% der deutschen Influencer linksgrüne Lappen sind. Was ja based ist, was ja erstmal based wäre. Es ging am Anfang irgendwie so zwei Minuten um Papa Platte und dass Karl S. sich persönlich von ihm angepinkelt fühlt. Und danach war das auch, also inhaltlich kam da jetzt auch nicht so viel. Auch ein bisschen gegen diese ganzen linksgrünen, linksnutzigen Influencer mal was zu sagen. Geil, da freue ich mich drauf. Wir laden das auf YouTube hoch. Dann kann Karl S. hier drauf reagieren und dann reagiere ich nochmal drauf. Die Content-Offensive in Dezember, da rollt sie an. Das wird komplett großartig. Weil ich find's ein Joke. Wir haben das nicht so wie in den USA. In den USA, da gibt's natürlich die Linken und die Grünen. In den Medien auch die Influencer. Aber es gibt halt auch die Leute, die noch irgendwo konservativ sind wie Jordan Peterson. Irgendwo konservativ, Jordan Peterson. Ach du heiliges Schreckgespenst. Ben Shapiro. Wer kommt jetzt noch? Donald Trump. Als sein Lieblings-CEO. Ah ne, wie heißt der andere Joe Rogan? Candace Owens. Extreme wie Andrew Tate. Und da gibt's irgendwo ne Balance. Und bei uns gibt's diese 50. Andrew Tate ist nicht so ein bisschen konservativ. Das ist ein Menschenhändler. Menschenhändler-Frauenfeind. Die 50-Balance gar nicht mehr. Bei uns ist es wirklich 80, 90 Prozent linksgrün. Schön wär's ey, schön, wenn die USA 80, 90 Prozent linksgrün werden. Holy shit, das wär das beste Land, Alter. Deshalb ist ja auch Florida so super linksliberal. Man kennt es ja. Oder Oregon. Wo es Schutzzonen für Weiße gibt. Von Weißen. Guck danach in die Themenvorschläge. Ja, mach ich. Und alle anderen sind gleich Nazis und Judenhasser und tralalalala. Und hey, man kann sagen, du pass auf. Ein Euro von Karl S. Dankeschön. Das werde ich das nächste Mal verwenden, um da ordentlich, ordentlich die Felgen von zu polieren. Ich hab ne konservativere Einstellung. Ah, du braune Drecksau. Und dann geht's gleich so ab. Also Leute, das war jetzt mal Teil 1 von einigen Videos, die hier noch kommen werden. Ich hätte da gerne die 1312 stehen gehabt, weil das ist ja bekanntlich mein Geburtstag. Aber ich bin auch mit 1313 für die Tiere sehr zufrieden. Dankeschön, Mila, für 188,54 Euro. Holy shit. Geil. Respekt. Mad Respekt. Und jetzt werde ich auf diesem Channel mal ein bisschen so Politik und Wirtschaftsarbeit genau gegen so einen Schrotter machen und weiterhin eben meine Vlogs und Business-Videos posten. Das war's von meiner Seite aus. Du hast halt am 13.13. Geburtstag. Ja, stimmt eigentlich auch. Euer Karl. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video, Karl. Ich freu mich drauf. Das wird ja komplett großartig. Checkt die Telegram-Gruppe ab. Die ist unten verlinkt. Checkt auch meine Telegram-Gruppe aus. Per WhatsApp-Telegram, dann kommt er da rein. Ciao. Ciao. Geil. Also, das Video, das ist ja ein komplettes Meme-Fest. Ich habe ja selten so gelacht wie dort. YouTube, wenn ihr auch so viel gelacht habt, dann kommt ihr sofort auf Twitch. Aber auch ein bisschen plötzlich und ganz schnell. Macht's gut, YouTube. Twitch.tv slash halkon. Oder ihr guckt beim Changeman vorbei. Je nachdem, worauf ihr so Lust habt. Ja, das ist euch überlassen. Das ist gut. Da muss die Hand in hier. Ja, hier kann gewunken werden. Tschüss. Tschüss. Für die schwische Schrei. Bis so wie das Blut der Erde kommt, schenk dir rein. Und wenn ich dann trau mich, werde liegt es dann, dass ich die Macht meint von daher. Vielen Dank.